Level 2 Strich 67 Wummen im Bass Eine Bassmenodie mit allen bisher erlernten Noten Ich spiele langsam, nicht zu schnell Achtet auch im letzten Takt darauf, dass das C Das auf den Zählwert 4 käme Ausgehalten wird, nochmal 1, 2 Ihr zählt also hier im letzten Takt, 1, 2, 3, 4 1, 2, dann dämpft ihr ab Das ist ein Haltebogen Sind nämlich gleiche Noten mit einem Haltebogen verbunden werden sie entsprechend ihren Zeitwert ausgehalten und nicht zweimal abgeschlagen Wir beginnen 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020